Hallo, da ist wieder die Ruth, die Ruth Aschilio, dein Coach für mehr Lebensqualität. Thema heute, was ist ein Gespräch? Ja, Kommunikation ist wirklich viel mehr als Reden. Wir brauchen die Funktion vom Gespräch, weil das Gespräch über Erlebtes macht es erleben. Es hat keines ganz schön schwierig, ich weiss, aber so wichtig. Wichtig zuzuhören, miteinander zu kommunizieren, wenn man irgendetwas nicht versteht, auch zurückzufragen. Macht das, fangt damit an, einmal in der Woche eine Stunde und nicht, ja, wir haben keine Zeit. Doch, wenn ihr euch die Zeit nicht nehmt, für eben die Kommunikation zwischen euch als Paar. Früher oder später kommt die Maske, kommt das Unverständnis, kommen all die tausend kleinen Triggers, angefangen bei der Zahnpastatube. Also, in diesem Sinne, wenn ihr das jetzt nicht einfach so könnt, gebe ich euch wie immer an dieser Stelle das Clearing Statement. Für euch beide, was immer wir uns wünschen, was immer wir uns erträumt haben und alles, was das nicht erlaubt, dass wir das leben, dass wir das, was wir uns versprochen haben, auch miteinander in Liebe pflegen können. Wollt ihr das loslassen und zerstören und krären, ja? Und das war wieder die Ruth, die Ruth Achille, dein Coach für die Erlaubnisqualität. Meldet dich und Bars gibt es einzeln oder zu zweit? Gerade so, wie es euch beliebt. Tschüss. 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 Tschüss.